Hallo und herzlich willkommen bei GitMobile. Heute präsentiere ich euch einen Vergleich zwischen dem etwas älteren Sony Xperia Z und den beiden neuen brandaktuellen Varianten Xperia Z1 sowie dem Xperia Z Ultra. Was auf den ersten Blick sofort auffällt, ist, dass das Xperia Z Ultra denkt, es kein Smartphone mehr ist, sondern bereits ein Phablet mit seinen 6,8 Zoll. Alle drei Smartphones sind allein von dem Display her sehr hoch auflösend. Von außen kennt man sofort, dass sie alle eine andere Haptik haben. So hat das Xperia Z eckige Kanten, liegt deshalb anders in der Hand wie das neue Xperia Z1 mit seinem schicken Aluramen, welcher das Smartphone sehr hochwertig und edel wirken lässt und das dank den abgerundeten Ecken sehr angenehm in der Hand liegen lässt. Dasselbe besitzt auch das Sony Xperia Z Ultra, welches jedoch mit seinen 6,8 Millimetern noch etwas schlanker ist. Doch auch dieses lebt ganz an sehr abgerundeten Ecken sehr angenehm in der Hand. Das Sony Xperia Z Ultra ist das größte der Xperia Z Reihe, doch auch das Sony Xperia Z 1 ist im Vergleich zum Sony Xperia Z minimal größer geworden. Das könnt ihr hier ganz gut erkennen. Doch hat sich auch der Klinkenanschluss verändert. Dieser ist nun beim Xperia Z 1 freiliegend, welcher früher durch eine Abdeckung geschützt war. Ein anderer Vorteil des Sony Xperia Z 1 im Vergleich zu seinen Vorgängen ist, dass dieses jetzt auch ein extra Button für Fotos mit angebracht hat. Diesen kann ich euch kurz demonstrieren. Jetzt kann ich ganz einfach, indem ich den Button leicht drücke, am Bild fokussieren, überknüpfen, abdrücken. So kann man jetzt auch Bilder unter Wasser oder auch Videos unter Wasser aufnehmen oder schießen. Zu den Displays aller 3 Smartphones. Sie lösen alle mit 1080p auf, also Full HD. Jedoch kann man bei den beiden neueren Xperia Z Varianten einen Farbunterschied durch das neue Trinuminus Display erkennen. So wirken Farben noch kontrastreicher und noch schärfer. Dazu kann ich euch ein kleines Beispielvideo zeigen. himla's Chubca Z 1 und ruler. Ich versuche, wenn ihr Sir unter Wasser und ohne ca came, östere ich entsprech man Als nächstes komme ich zum direkten Kameravergleich der drei Modelle. Dazu habe ich mit jeder Kamera ein Foto aufgenommen. Als erstes den Xperia Z-Ultra, man kann gut erkennen wie lesbar das Logo von Sony ist, wenn man ranzoomt. Im Vergleich dazu das Foto mit dem Sony Xperia Z1, auch hier wenn ich ranzoomme, ist doch und scharf, kann gut den Claim Make Believe erkennen. Und als letztes das Foto mit dem Sony Xperia Z, auch hier kann man das Logo gut erkennen. Zu guter letzt mache ich noch einen Benchmark für euch mit Antutu. Und hier kann man klar den Sieger das Sony Xperia Z1 erkennen. Nah dran das Sony Xperia Z Ultra, etwas weiter dahinter das Sony Xperia Z. Wie man klar erkennen kann, sind die beiden neuen Sony Xperia im Gegensatz zur Konkurrenz klar im Vorteil und das mit sensationellem Abstand. Als Fazit das Sony Xperia Z1 wurde zu seinem Vorgängermodell um einiges verbessert. Zum Sony Xperia Z Ultra ist von der Leistung her wieder Sony Xperia Z1 nur als Fablet Variante. Beide Modelle sind nur zu empfehlen. Alle drei Geräte können Sie auf unserer Webseite www.getmobile.de bestellen. Und das wars auch schon wieder, bis zum nächsten Mal bei catmobile.de